Hi, Alex von TechSum hier. In diesem Video zeige ich dir, liebes Film Flenner, die besten Handydeals in sämtlichen Preiskategorien. Wenn du also ein neues Handy brauchst, bist du hier genau richtig. Am Ende werde ich dir auch verraten, welches Smartphone ich nehmen würde. Schau dir das Video also bis zum Schluss an. Wenn du mehr über die Handys erfahren willst, findest du die Kauflinks sowie die Einzeltests in der Videobeschreibung. Falls du in Zukunft keine Kaufberatung mehr verpassen willst, dann abonniere gerne diesen großartigen Kanal und aktiviere die Glocke, damit du benachrichtigt wirst, wenn ein neues Video online kommt. Let's go! Wir arbeiten uns jetzt von der günstigsten bis zur teuersten Preiskategorie durch und starten mit dem Xiaomi Redmi Note 10S. Aktuell kriegst du die 128 GB Speichervariante für 212 Euro, was für das Redmi Note 10S ein guter Preis ist. Dafür bekommt man allerlei geboten. Du kriegst ein tolles 6,4 Zoll AMOLED Display mit 60 Hertz, einen schnellen Helio G95 Prozessor, der auch fürs Zocken sehr gut geeignet ist und auch eine sehr starke 64 Megapixel Kamera, die bei Tag hervorragende Aufnahmen macht. Der Akku hält auch 2 Tage, was will man mehr? Insgesamt macht das das Redmi Note 10S zu einem sehr guten Einsteiger-Smartphone für wenig Geld. Wenn du also wirklich das Minimum ausgeben willst, dann nimm das Redmi Note 10S. Jetzt kommen wir zur nächsten Preiskategorie, der 300 Euro Preisbereich und da habe ich zwei Geräte. Zunächst das Poco F3. Das Poco F3 ist ein perfektes Gesamtpaket, denn es bietet ein 120 Hz AMOLED Display, was für den Preis schon der absolute Wahnsinn ist. Und dazu hat es noch einen der schnellsten Prozessoren auf dem Markt. Damit ist das Poco F3 das perfekte Smartphone für Gamer. Wenn du also sehr viel Wert auf Leistung und das Display legst, dann solltest du dir unbedingt das Poco F3 anschauen. Die Kamera ist auch gut, kann aber mit den teureren Smartphones nicht mithalten. Auch der Akku hat mich ein bisschen enttäuscht. Ich habe gerade so einen Tag Laufzeit geschafft. Das geht auf jeden Fall besser. Für 300 Euro kriegt man aber hier ein rundes Gesamtpaket. Jetzt kommen wir zu einem meiner Lieblingshandys der letzten Monate, dem Xiaomi Mi 11 Lite 5G. Zum Marktstart hat es 399 Euro gekostet. Jetzt kriegst du es aber schon für 318 Euro. Das ist ein richtig guter Preis für dieses grandiose Handy. Das Mi 11 Lite 5G besticht vor allem durch sein Design. Die Vorderseite sieht sehr clean und symmetrisch aus. Vor allem aber das Gewicht mit 158 Gramm ist absolut spitze. Kein anderes Handy in der Liste ist so leicht und sieht so schick aus wie das Xiaomi Mi 11 Lite 5G. Das Display hat leider nur 90 Hz, die hätte ich mir 120 gewünscht. Aber 90 Hz lassen die Darstellung auch schon deutlich flüssiger wirken als 60 Hz. Der Prozessor hat ebenfalls viel Power und kann jedes Spiel in hohen Grafikeinstellungen locker bewältigen. Die Kamera von Mi 11 Lite 5G ist auch sehr toll. Sie macht tolle Fotos und Videos. Hier gibt es wenig zu meckern. Auch die Akkulaufzeit ist top. Mit eineinhalb Tagen kommt man sehr gut aus. Das macht das Mi 11 Lite 5G zu einem insgesamt tollen Preis-Leistungs-Handy. Für 318 Euro ist man hier wirklich sehr gut beraten. Gehen wir weiter in die Preiskategorie bis 400 Euro. Und da haben wir ganz neu das Samsung Galaxy A52s 5G. Es ist der offizielle Nachfolger des A52 5G Smartphones. Das kam erst vor ein paar Monaten raus. Das ist aber jetzt hier die bessere Variante. Die hat nämlich einen noch schnelleren Prozessor. Ansonsten ist sie komplett baugleich mit dem A52 5G. Und was kriegt man dafür? Ein tolles 120 Hz 6,5 Zoll AMOLED Display. Einen starken Prozessor, der alle Games in hohen Grafikeinstellungen bewältigen kann. Und dazu die Samsung-starke Kamera. Die ist von allen Handys bisher die beste und macht tolle Aufnahmen bei Tag und bei Nacht. Wer also wett auf starke Fotos liegt, der sollte sich unbedingt das A52s 5G anschauen. Der Akku hält zwei Tage durch und bei Amazon kriegt man sogar sechs Monate extra Hersteller-Garantie. Das für einen Preis von 379 Euro ist grandios. Oder als letztes habe ich jetzt nochmal ein etwas teureres Smartphone rausgesucht. Das Samsung Galaxy S21 5G. Die UVP war bei 849 Euro. Mittlerweile kriegt man es für um die 700 Euro. Und das ist für das Galaxy S21, was ein Flaggschiff-Handy ist, in der kompakten Bauweise ein Hammer-Deal. Ich nutze das Handy selber seit einem halben Jahr und bin absolut begeistert. Das 120 Hz Display ist ein Traum und lässt keine Wünsche offen. Der Prozessor ist high-end und kommt mit allen Games problemlos klar. Und die Triple-Kamera auf der Rückseite macht Bombenfotos und Videos und lässt dabei keine Wünsche offen. Das Besondere dabei ist, dass das Handy mit 171 Gramm und 6,2 Zoll sehr klein und leicht ist. Ein kompaktes und starkes Flaggschiff findet man mittlerweile total selten. Hier gibt es aber eins. Und das zu dem Preis von knapp 700 Euro ist ein absoluter Hammer-Deal. Nur der Akku könnte mit einem Tag noch etwas besser sein. Damit sind wir durch mit meiner Kaufberatung. Welches Handy würdest du nehmen? Schreib es mir in die Kommentare. Jetzt möchte ich dir noch verraten, welches Smartphone ich nehmen würde. Die Wahl ist nicht leicht, da alle Handys super sind. Ich besitze schon einen Galaxy S21 und bin sehr zufrieden damit. Ich würde es mir auf jeden Fall wieder kaufen. Wenn ich aber ein anderes Handy nehmen müsste, wäre es das Samsung Galaxy A52 S 5G. Es bietet meiner Meinung nach von allen Handys das beste Preis-Leistungs-Verhältnis und wird auch noch in Jahren sehr gut nutzbar sein. Ein absolutes Top-Handy, mit dem jeder zufrieden sein wird. Falls du dir jetzt eins der Handys kaufen willst, findest du die Links in der Videobeschreibung. Ich hoffe, ich konnte dich gut beraten und dir helfen. Wenn dem so ist, würde ich mich über ein Like und ein Abo riesig freuen. Folg mir gerne auch auf Social Media für mehr Wahnsinn. Wenn du jetzt mein Langzeit-Review zum Samsung Galaxy S21 sehen willst, klicke hier links oder klicke hier rechts für meinen Galaxy A52 5G-Test. Na los, ich weiß, du willst es. Klick drauf. Es lohnt sich.